Die Top 4 Glasbehälter mit Deckel, Präsentation der besten Produkte Ich kann das Uandu Vorratsdosen-Set nur empfehlen. Die Dosen sind luftdicht verschlossen und das BPA-freie Material gibt mir die Sicherheit, dass meine Lebensmittel sicher aufbewahrt werden. Die verschiedenen Größen der Dosen erlauben es mir, alles von Mehl bis hin zu Snacks aufzubewahren. Die weiße Farbe passt gut in meine Küche und der Deckel schließt fest, sodass alles frisch bleibt. Der Vorratsbehälter ist auch leicht zu reinigen und kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Das Set ist eine tolle Ergänzung für jeden, der seine Lebensmittel auf einfache und effiziente Weise organisieren möchte. Ich habe das Amazon Basics Frischhalte-Dosen-Luftdicht-Set gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Dosen sind sehr stabil und luftdicht, sodass meine Lebensmittel länger frisch bleiben. Ich benutze sie gerne für Reste oder um Lebensmittel aufzubewahren, die ich bereits geöffnet habe. Die hellblaue Farbe ist auch sehr schön und passt perfekt in meine Küche. Insgesamt ein tolles Produkt zu einem erschwinglichen Preis. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin total begeistert von diesem Vorratsbehälter-Sit für Lebensmittel aus Glas. Die 18 Teile, 9 Behälter und 9 Deckel sind einfach perfekt für meine Bedürfnisse. Durch die transparenten Premium-Kunststoff-Deckel ist immer sofort sichtbar, was sich im Behälter befindet. Und das Beste daran ist, dass die Behälter wirklich luftdicht und auslaufsicher sind. So bleiben meine Lebensmittel länger frisch und ich habe keine Probleme mit ausgelaufenen Flüssigkeiten. Das Set ist auch BPA-frei, FDA und FSC zugelassen, was für mich sehr wichtig ist. Ich kann das Set auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Sirko Glasfischhalte-Dosen-Set. Die Behälter sind robust und sehen toll aus. Die Deckel sind auslaufsicher und passen perfekt auf die Behälter. Es ist auch toll, dass sie spülmaschinenfest, Mikrowellen geeignet und gefrierfachfreundlich sind. Ich habe sie bereits für Reste, Früchte und Gemüse genutzt und es ist großartig zu wissen, dass sie BPA-frei sind. Das Set enthält 10 Behälter und 10 transparente Deckel, was für mich perfekt ist. Ich kann es einfach empfehlen, wenn du nach einer Aufbewahrungslösung für deine Lebensmittel suchst. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.